Hallöchen Türchen Nummer 10 10, 10, oh das fällt hier schon wieder so fast um und es ist ein Bit der mittlerweile 1,2,3,4,5 wieder Schlitz aber ein ziemlich kleiner echt krass der ist auch echt scharf nicht schlecht heftig bin gespannt wie lange der hält ganz ehrlich weil er sieht ziemlich dünn und klein aus mal sehen wie er sich so schlägt bis zum nächsten Mal Ciao